Dann schauen wir uns eine Szene genauer an, die wirklich haarsträubend war. In Runde 50 hätte es fast eine Katastrophe gegeben, als Esteban Ocon in die Boxengasse abgebogen ist. Zunächst mal vielleicht, wieso ist der in Runde 50 von 51 in die Boxengasse abgebogen? Zum regulären Stopp. Der ist auf den harten Reifen gestartet. Der ist ja wie Nico Hülkenberger aus der Boxengasse hinterhergefahren. Die einzige Chance ist, da strategisch irgendwas ganz anderes zu machen. Deswegen sind beide auf hart losgefahren und haben einfach gehofft, dass irgendwann am Ende oder relativ spät, mal ein Safety Car kommt oder eine Rennunterbrechung und man dann die Position hat und einen günstigen oder vielleicht sogar kostenlosen Boxenstopp kriegt. Das Ganze ist nicht passiert. Trotzdem hat man bis zum Ende gewartet, gehofft, dass irgendwas passiert. Irgendwann muss man ja dann in die Boxengasse reinkommen, sonst wird man disqualifiziert, wenn man gar nicht zum Stopp kommt. Das war bei Esteban Ocon die letzte Runde. Ja, und dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, was passiert ist. Es standen Fotografen und Mitarbeiter einfach in der Fastlane in der Boxengasse, während das Rennen noch lief. Ocon kommt da ungefähr an mit circa 300 kmh, biegt dann in die Boxengasse ab. Boxengasse, ein Eingang ist ja erst ganz am Ende dieser Vollgaspassage. Bremst dann runter auf die 80 kmh, die erlaubt sind. Okay, das hört sich jetzt nicht mehr ganz so dramatisch an, mit 80 kmh draufzufahren, aber man stelle sich vor, der hat einen Bremsversagen oder verschätzt sich oder was auch immer. Dann knallt der da nicht mit 80 kmh rein, sondern mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Und der ist sogar noch ein bisschen niedriger gegangen von der Geschwindigkeit her, weil er gesehen hat, okay, da stehen jetzt Leute, die sind dann zum Glück im letzten Moment noch auf die Seite gesprungen. Das hatte schon ein bisschen was von Walter Röhrl und Gruppe B. Die Leute springen da direkt vor ihm weg. Das war wirklich richtig heikel. Da haben wir alle die Luft angehalten. Darf natürlich überhaupt nicht passieren. Aber wie konnte das passieren? Die Stewards haben sich das nach dem Rennen sogar angeschaut. Jetzt sagen manche, das macht ja irgendwie keinen Sinn, wenn die FIA die FIA untersucht. Gut, aber doch, die Stewards, die werden zwar von der FIA eingesetzt, aber sie sind unabhängig. Sie werden ja auch nicht bezahlt, kriegen maximale Aufwandsentschädigung für das Ganze. Die haben sich das Ganze angeschaut, haben die FIA-Verantwortlichen vorgeladen, sind mit denen alle Protokolle durchgegangen und haben dann gesagt, okay, es ist jetzt nichts dramatisch schiefgelaufen irgendwie, was die Protokolle angeht, aber ihr müsst die Protokolle ändern. Dazu sei gesagt, es ist üblich, dass nach dem Rennen dann in der Boxengasse was los ist. Da schickt der Renndirektor vor dem Rennen ein Protokoll, wie das alles auszusehen hat. Da geht es auch um Interviews, da geht es um Parc Fermé, wer da allein in den Parc Fermé noch rein darf, was da gemacht werden darf und so weiter. Und dann gibt es da auch eine Skizze, auf der ist genau aufgezeichnet, wo stehen die Fotografen, wo wird der Parc Fermé aufgebaut und so weiter. Das ist alles geregelt, was wahrscheinlich nicht ganz genau geregelt ist. Das entzieht sich allerdings jetzt meiner Kenntnis, dass es eine Annahme ist, wann genau das Ganze aufgebaut wird. Wahrscheinlich heißt es, naja, sobald das Rennen vorbei ist, fangt ihr mit dem Aufbau an, ist aber nicht genau niedergeschrieben. Und dann wird einfach gesagt, okay, Renn ist vorbei, dann macht ganz schnell, damit das alles steht, wenn die Fahrer zurückkommen. Aber es gibt halt nichts, das sagt, okay, sobald das letzte Auto die Ziellinie überquert oder was auch immer, und dann wird halt einfach angefangen, wenn man es für richtig hält. Da kann man jetzt den Fotografen, die da standen, keinen Vorwurf machen. Die versuchen natürlich, die beste Position zu haben. Und sobald dann freigegeben wird, dass sie da rein dürfen, denn das ist ja alles geregelt, da wird dann aufgemacht. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem das Tor offen ist, gehen die Leute dann da rein und walten ihres Amtes, wer auch immer was zu tun hat. Also da muss man jetzt genau schauen, dass man in Zukunft die Tür oder das Tor genau aufmacht, wenn man es aufmachen darf. Man muss schnell reagieren, das haben die Stewards auch gefordert. Also da gibt es jetzt keinen ewig langen Prozess. Nein, da müssen sich Formel 1, FIA und die Teams zusammensetzen und sagen, okay, in Miami, ab Miami ist das genau geregelt. Esteban Ocon hatte da jetzt auch nicht besonders viel Verständnis für, meinte, Naja, eigentlich ist das eine ganz einfache Sache, wenn das letzte Auto über die Ziellinie gefahren ist, dann erst darf mit dem Aufbau des Podiums und Parkfermie begonnen werden. Wir haben ja zum Beispiel auf dem Race Control Board, haben wir die Nachricht mit dem ersten Auto, das über die Linie geht, welches Auto das ist. Wir haben zum Beispiel im Training auch die Nachricht, welches Auto jetzt als erstes die Ziellinie gesiedert und so weiter. Wahrscheinlich muss man dann noch hinzufügen, okay, letztes Auto hat die Ziellinie überquert, jetzt kann das alles beginnen und damit ist man dann auf der sicheren Seite. Aber das war wirklich haarsträubend. Es gab in der vergangenen Saison schon mal einen ähnlichen Zwischenfall. Alexander Elbern ist da in der letzten Runde in Australien an die Box gekommen. Bei ihm war es nicht am Boxeneingang, sondern am Boxenausgang. Da standen Fans direkt neben der Fastlane. Das hätte natürlich auch ins Auge gehen können. Bei weit nicht so gefährlich wie das, was jetzt passiert ist. Seien wir froh, dass es jetzt kimpflich ausging und hoffen wir, dass die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Die richtigen Schlüsse könnt auch ihr jetzt ziehen, nämlich eure Bewerbung an motorsportmagazin.com schicken. Wir suchen unter anderem einen Video-Host für das Ganze hier. Wir suchen aber auch Verstärkung für die Redaktion. Das Ganze in Vollzeit an unserem Standort hier in Graz. Wenn ihr Lust habt, euch zu bewerben, jobs.motorsport-magazin.com. Da seht ihr die ganzen Ausschreibungen, da seht ihr auch eine E-Mail-Adresse. Dahin dann bitte die Bewerbung schicken. Wir freuen uns auf euch.